Seht einmal, was ich gestern gekauft habe. Vielleicht habt ihr zu Hause Seifenblasen? Ich habe nämlich so ein wunderschönes Seifenblasenlied. Ich will euch das mal vorsingen. Vielleicht können wir zwischendurch noch ein paar Seifenblasen machen. Passt mal auf, das Lied geht so. Seifenblasen, zart und bunt, schweben durch den Raum. Sind ein Gruß von mir zu dir, ist das nicht ein Traum? Komm, wir machen Seifenblasen, brauchen dafür gar nicht viel. Wasser, Luft und etwas Seifen, schon sind wir am Ziehen. Vielleicht kann ich noch eine Runde weiter singen und vielleicht habt ihr Seifenblasen und ihr könnt welche steigen lassen. Mir fehlt eine Hand, um noch Seifenblasen zu machen. Seifenblasen, zart und bunt, schweben durch den Raum. Sind ein Gruß von mir zu dir, ist das nicht ein Traum? Sieh, welch schöne Seifenblasen habe ich da grad gemacht. Eine herrlich große Kugel schwebt mit bunter Brat. Seifenblasen, zart und bunt, schweben durch den Raum. Sind ein Gruß von mir zu dir, ist das nicht ein Traum? Farben wie im Regenbogen malen meine Kugel an. Bin ich nicht fast wie ein Zauberer, der verwandeln kann. Seifenblasen, zart und bunt, schweben durch den Raum. Sind ein Gruß von mir zu dir, ist das nicht ein Traum? Nach einer Runde möchte ich noch, oder? Ein paar Seifenblasen für euch. Schweben durch den Raum. Die Möbel war's.